Let's play! Und ich habe immer noch tierisch, tierisch Bock, immer noch weiter Angry Birds zu zocken. Ja, also, erstmal, hallo, schönen guten Tag, einen schönen guten Abend, was auch immer. Ich weiß ja nicht, wann ihr die Let's Plays guckt, aber seid gegrüßt. Ja, und natürlich erstmal, wie das immer so jede Woche ist, die täglichen Angry Birds Coins. Heute mal vier. Und dann sehen wir auch schon, wer gewonnen hat, nämlich, letzte Woche, der gute Rakesh. Mensch, ich dachte es mir schon fast, ich habe ja jetzt die Woche noch gar nicht reingeguckt, aber jetzt musste ich es nochmal machen. Normalerweise denke ich mir immer so, ich könnte ja eigentlich schon ein bisschen früher reinschalten, weil ich könnte ja dann immer nochmal zeigen, wer der letzte Woche gewonnen hat. Aber ich finde es irgendwie so besser und ich verzichte gern auf die täglichen Angry Birds Coins, die ich jeden Montag schon abstauben könnte. Aber das ist mir eigentlich egal, denn letztendlich ist es nur ein Spiel, aber es ist ein schönes Spiel und ich finde es immer noch toll. Und das möchte ich jetzt mal, bevor ich jetzt hier erstmal, ach nee, ich mache erstmal kurz das Ranking und dann kommt das, was ich schon längst sagen wollte, endlich mal. Also, erster Platz, letzte Woche, in der Woche 88, der gute Rakesh. Congratulations, Happy Birthday. Nee, Happy Birthday passt ja jetzt nicht, aber trotzdem. Glückwunsch, dass du den ersten Platz mal wieder gerissen hast. Dann natürlich der gute Eva auf Platz 2, auch dir, Congratulations, ja. Und dann natürlich auf Platz 3, Mr. Fang. Congratulations. Alles Gute, Glückwunsch. Ja, jetzt erstmal für mich die Preise vergeben. Ich werde wahrscheinlich wieder eine 10 kriegen. Ja, sage ich ja, aber ist okay. Komme ich mir klar. Ja, so, jetzt erstmal natürlich noch Geschenke kriegen und verteilen. Ich glaube, das waren jetzt, wenn ich das richtig, jetzt sind wir noch 23, oh mein Gott. Leute, ich finde das so toll, dass ihr fleißig und fleißig und fleißig immer noch mit am Start seid. Aber dazu kommen wir gleich. Ihr gebt mir, ich gebe euch, ganz klar. Ja, so, was haben wir da noch? Zack, zack, zack. Ja, Retromask wieder mit am Start, finde ich super. Weiter so. So muss das laufen. Freue ich mich natürlich auch mal, wenn die Kollegen noch ein bisschen mitvögeln. Was gibt's Schöneres? So, also. Erstmal groß machen die ganze Geschichte hier. Also, was ich natürlich erstmal sagen wollte, bevor es jetzt richtig losgeht. Es ist die Woche 89, seit der Woche 64, glaube ich, oder 65 oder 66, weiß ich jetzt halt gar nicht. Ist ja auch Latte. Machen wir das jetzt hier schon? Mache ich das jetzt hier schon? Woche für Woche immer wieder ein Angry Birds Let's Play. Was ich eigentlich mal anmerken wollte und das finde ich echt wichtig, das mal wirklich stark zu betonen. Leute, ich finde das so toll, dass ihr... Es hat klein angefangen mit ein paar Leuten. Und, ähm, habe mich jede Woche gefreut darüber, dass ihr immer jede Woche mitgeballert habt, mitgevögelt seid. Und, äh, ich finde es total klasse und das freut mich immer wieder aufs Neue jede Woche, dass mittlerweile auch immer wieder neue Leute mit dazukommen. Und, ähm, ja. Also, es ist total klasse und schön. Ich finde das super, dass ihr immer noch mit dabei seid. Also, einfach mal nicht ein Lob an mich. An mich sowieso nicht. Weil, äh, ich mache es ja nur für euch. Also, ein riesengroßes, dickes, fettes Lob an euch. Weil ich glaube, das muss einfach mal oder sollte oder musste einfach mal gesagt sein und gesagt werden. Also, ihr seid toll. Macht weiter so. Ich hoffe, ihr bleibt die nächsten Wochen und Monate noch mit am Start. Denn auch bald wird es eine tolle Überraschung geben. Ich denke, ihr werdet euch alle freuen darüber. Ich bin da gerade ein bisschen am Tüfteln, wie ich das mache. Aber, lasst euch überraschen. Bald ist es soweit. Und dann, äh, wird es auch endlich mal vielleicht ein bisschen mehr grinsende Gesichter gehen an... Ja, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, dankeschön, dass ihr immer noch mit dabei seid. Thank you so fucking much for being here. Äh, find ich super. Weiter so. Find ich super. Also, jetzt starten wir erstmal durch. Gucken wir erstmal, wer denn die Woche jetzt, äh, ganz groß mit am Start ist. Ja, 13 Leute sind mit dabei. Das finde ich super. Also, Rakesh auf Platz 1. Dann kommt Tang. Imran. Äh, ja, der gute Brite. Noel. Dann Aijinkir. Ja, dann Blake. Wade. Jessica. Julherm. Redbird. Ja, Retromask auf Platz 11. Ich denke, da wird noch was kommen. Mal gucken. Ja, dann, äh, Yellow Chuck oder Chuckberg. Whatever. Ja, die gute Lee ist auch wieder mit dabei. Eva. Ja, das Spielchen kennen wir ja schon. Immer Anfang, so bis Mitte der Woche. 1, 2, ein Level macht er dann. Und dann, so kurz vor Schluss, knallt er dann alle weg. Ja, und Salvius. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt ein kleiner Junge ist, der da dran sitzt. Äh, hm. Gut, lasse ich mich überraschen. Werde ich mal die nächste Mal anschreiben. Ansonsten denke ich noch, da kommen noch ein paar. Auf Petra warte ich immer noch. Die Gute freut mich immer, wenn sie dann mitzockt. Naja, gut. Ich laber gerade viel zu viel. Äh, ich hab einfach viel zu viel Spaß immer, äh, euch voll zu quatschen. Aber das ist jetzt auch egal. Jetzt fangen wir erstmal mit dem ersten Level an. Und dann mal gucken, wo ich der jetzt letztendlich landen werde. Ich hoffe diesmal, ich war ja letzte Woche Platz 8 oder so. Ich hoffe, ich werde mal so ein bisschen in die, ja, Top 6er kommen. Schauen wir mal. Juti, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier so Schönes? Okay, also schon mal eine kleine minimale Baustelle. Ist jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Da können wir ein bisschen was reißen. Wobei, wenn ich das hier so sehe, da wird ein Bird wahrscheinlich nicht ausreichen, sofern ich keine Power-Ups nehme. Aber gut, probieren wir es mal. Hm. Machen wir mal hier rüber. Irgendwie so. Was auch immer. Ja, weil jetzt nicht irgendwie so der Renner. Machen wir mal hier nochmal. Zack. Ich glaube, das Level mache ich gleich nochmal an. Weil ich jetzt gucke, 129.000 ist doch ein bisschen viel. Da werde ich ansonsten nie rankommen, wo der gute Rakesh und Dang und Imran und ein Jinkia ist und Noel. Und der Blake hier auch noch. Ich glaube, so 97.000 wäre schon, glaube ich, ein bisschen lachbar. Ach, hier, komm. Machen wir nochmal neu. So, jetzt aber mit ein bisschen mehr Schwung. Die ganze Geschichte. So, das sah schon mal wesentlich besser aus. Hätte ich mal leichter machen sollen. So, 66.000. 86.000. Da können wir jetzt den hier noch wegknallen. Joach, 89.000 sind wir definitiv schon mal Platz 9. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber gut, ich werde ja im Laufe der Woche eh noch ein bisschen mitvögeln. Da wird es ja nochmal ein bisschen besser laufen. Ist ja hier immer alles nur zum zeigen. So. So, das Level sieht schon mal irgendwie anstrengend aus. Und das fängt auch schon anstrengend an mit ihm hier. Ja, ich probiere mal. Joach. War jetzt nicht so der Knaller. Immerhin. 67.000. Ja. Platz L. Gibt auch noch besser. Denk ich. Ja, ich habe drei Sterne. Ach, hier komm. Mach mal nochmal. Aus Versuch macht immer... Aus Versuch macht immer klug. Hoffentlich wird dieser zweite Versuch... Hoffentlich wird jetzt dieser echte zweite Versuch natürlich um einiges besser. Ja. Ja, das sieht irgendwie wieder genauso schlecht aus, wenn ich das mir so angucke hier. Ja, komm. Ja, irgendwie jetzt nicht so der Renner. Ist ja erstmal Latte. Machen wir erstmal das nächste Level. So, das sieht schon mal ganz lustig aus. TNT finde ich immer gut. Ich würde jetzt mal probieren, so ein bisschen weiter vorne zu machen. Weil, um natürlich die ganze Streuung zu erreichen. So in etwa wie dieses jetzt, so was ihr sehen könnt. Hm, wir müssen bewegen hier. Oh, meine Fresse. So, was haben wir denn da? 88.000? 98.000? Ja. Das sieht. Das gefällt mir, das lohnt sich hier. Schön. Komm, drei Sterne jetzt aber. Super. Ja. So, was haben wir noch? Auch das Level, das kenne ich aber schon. Das haben wir schon mal gehabt. Oder beziehungsweise hatte ich irgendwann schon mal. An irgendeinem Let's Play, will ich meinen. Ja, glaube ich, das ist irgendwie damals, glaube ich, gemacht. Ja, das war jetzt mal ein glattes Erfolg. Da ist natürlich jetzt immer hier so die Frage, ähm, ich muss jetzt ein bisschen ziehen, damit das Level nicht jetzt gleich automatisch aufhört, weil es dann endet. Das ist jetzt die Frage, natürlich jetzt das Glas schrottig machen oder gegen diesen tollen Felsen hier jetzt ballern, damit der runterkippt, damit auch alles andere an Glas kaputt geht. Aber das ist jetzt die Frage, was wird mehr bringen? Ich mache es jetzt einfach mal direkt an den Felsen ran. Ja, war jetzt auch nicht gerade besonderlich der Knaller. Hätte man besser machen können. Aber, immerhin, 68.000, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Michesee, 66, 66 und 63. Ach, ich denke, das Level mache ich mal gleich normal. Gut, wenigstens schon mal drei Sterne gekriegt, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Kriegen wir aber noch besser hin, Mann. Ja, natürlich kriegen wir das noch besser hin, sagt mir gerade mein Unterbewusstsein. So, jetzt aber, Freude, also. Kommt schon. Na, komm, 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 komm. Das ist dann immer, boah, das sind so Level, die regen mich mal richtig auf. Wenn du denn hier, du hast hier, machst dir, tust dir alles, ja, dann passiert dir aber nicht wirklich viel. Ja, toll, das ist dann auch schlechter als vorher, machen wir das nochmal. So, jetzt aber hier, komm schon. Ich bin mir ja hoffen, dass er hier mal runterrollt, vorher schon, anstatt immer erst kurz für Schluss. Aber, das ist auch immer ein seltener Fall. Ein seltener Fall. Okay. Würde ich jetzt erstmal so machen. Ja, 69.000 ist jetzt auch nicht gerade so der Bringer. Wenn ich mir so die Zahlen angucke, man setzt dann ein Rakesh an, ich vermute, dass der echt gut sein wird. So, wie ich gut er hat. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. So, das Level sieht mir schon mal, sieht nie. Gefällt mir schon mal um Längen besser, als das von eben. Würde ich jetzt gerade so machen, weil in der Mitte teilt es sich dann. Wenn ich dann mal treffen würde. Hier, komm, machen wir nochmal. Keine Zeit verschwenden. So. Wieso in etwa Wollte ich das denn haben? Mir würde es natürlich jetzt noch Oder ich würde mich jetzt noch freuen, wenn das natürlich jetzt auch mal explodieren würde, ohne dass ich jetzt hier mal einen zweiten World hier reinballern muss. Aber auch das wird heute so ein bisschen Fail schlagen. Also ich glaube, mit meinen 84.000 Punkten komme ich da nicht sonderlich weit. Ja, nicht mal drei Sterne, nicht mal zwei Sterne. So, jetzt hier, komm. Leute! Kennt das noch von der PS1, wo immer unten stand Loading oder in der Mitte Loading, Loading? Oder du hast ewig hier gewartet? Mann, das war noch Zeit. Jute PS1. Jetzt sind wir schon bei PS4. Meine Fresse. Ich weiß ja nicht, wann ihr mit Zocken angefangen habt, aber... Ja, ich hatte meine erste Konsole mit vier Jahren. Das nannte sich Atari. Und das war der Hammer. Damals noch mit Papa und so. Schön Asteroids gezockt. Aber das war nicht so ein Asteroids, wie wir das alle so kennen. Oder wie die meisten das so kennen. Hier so schwarz-weiß und weiß irgendwie was. Nein, das war echt noch so mit ein paar Texturen noch drinne. Wunderschön mit Farbe noch. Selbst die Raumschiffe hatten eine unglaublich schöne Farbe. Ah, das fand ich klasse damals. Ja. Wenn du jetzt guckst, in Google, Google Apps. Ja, da ist auch noch dieses Schrott-Asteroids drinne, was ich nicht so nahmlich gut finde. Aber gut. Alles immer Geschmackssache. So, das... Also, ich hab ja schon mal erwähnt, dass ich das ja so geil finde, wenn man natürlich in einem Bündel alles hat. Und auch so ein bisschen TNT. Das ist... Ah. Ich mag Explosionen. In GTAs ist das auch mal eine schöne Sache, wo dann ein Ende spielt. Ja. Gut. Hätte man jetzt... Ne? Besser machen können. Hoffentlich gibt der jetzt ihn noch. Ja, manchmal muss man ja auch so ein bisschen warten, in einem Angry Birds Level oder in einem Angry Birds Spiel. Ich denke aber, dass dieser hier nicht fallen wird. Wobei... Warten wir jetzt einfach mal ab. Ho! Und der fällt auch noch. So. Jetzt hier noch mit rein da. Nee. Ja. 125.000 ist jetzt nicht so schlecht. Ich denke, das werde ich aber nochmal neu machen, weil wenn ich das hier sehe, 373.000... Da wir ja alle wissen, dass hier gewisse Leute in dieser Runde, äh, wahrscheinlich, ja, sich Birds kaufen, also beziehungsweise Coils und die Power-Ups da dementsprechend dann daraus kaufen, gehe ich davon aus, dass ich keine 173.000 schaffen werde. Na gut, hier der Matt, oder auch Wade, hat ja nur 28.000, das ist schon ganz benötig. Ja, das ist schon mal ein bisschen weiter umzuschießen. Ja, das sah schon bei bedeutend besser aus. Also ich glaube, das ist 125.000, das ist ja aber nichts. Jetzt können wir uns mal die Trost abschminken. Wobei. Na komm, einmal machen wir noch. Wenigstens die 130 knacken. Das war ja schon mal nicht so schlecht. Okay, jetzt aber. Das war jetzt total schlecht. Nee. Come to party. Nein. Ihr schafft es nicht. Ja, das war jetzt total schlecht. Och, Mensch. Naja, ich habe heute die Laune. Ich habe nicht erzählt, wenn man es aufregt. Ach, das war schon mit 6 Level. 6 Level. Ja, komm, mach mal die beiden noch. Wir probieren es einfach nochmal. Schauen wir mal, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. So, das sah schon mal ja nicht so schlecht aus. Das sind noch richtig Treppen. Ja. Hätte man jetzt besser reißen können, aber ist okay. Ja, auch nicht sonderlich. Ja, gut. Klapp 900 verbessert. Aber 3 Sterne. Schön. Machen wir die 3 Sterne hoffentlich auch noch voll. So. Mein Freund. Mein Freund. Einmal richtig gut Treppen. Das wäre so toll. Ja, ich denke, mit 70.000 werden wir das sicherlich gerissen kriegen, dass ich jetzt meine 3 Sterne vollkriege. Hoffentlich. Ja, ich kriege sie. Ja, top. So, wo sind wir denn? Platz 10 von 13. Naja, immerhin. Also, ich ziehe natürlich jetzt die beiden hier weg. Also, nicht, dass euch wundert. Ich kann ja, ich zähle ja falsch. Äh, ja. Gut. Also, in dem Falle, äh, Platz 10 ist jetzt schon mal nicht so schlecht. Immerhin, äh, in der ersten Ranking-Leiste zu sehen. Finde ich super. Ja, in dem Falle würde ich mich jetzt natürlich auch verabschieden. Ich habe meinen Soll erledigt. Ja, ich habe überall 3 Sterne. Ich bin relativ im Durchschnitt dabei. Aber das wird sich ja die Woche noch ändern. Ähm. Gut. Also, in dem Falle wünsche ich euch natürlich eine angenehme, tolle, schöne Woche noch. Und wir hören. Und sehen uns dann nächste Woche. Ja, und in dem Sinne möchte ich noch betonen, denkt immer daran, es gibt nur noch eine Challenge. Nämlich die Beat-Challenge. Und ich möchte auch nochmal sagen, Dankeschön, dass ihr immer noch dabei seid. Das ist der Zweite Vögel. In dem Sinne, haut rein. Tschüss. Renni klatscht.